Ihr wollt wissen, was ich in der Waffenfabrik vorhabe? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir euch vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir haben heute Dinge. Eine Menge Dinge, glaube ich. Also eigentlich sind das mehr so gerade Obersprunghandlungen. Ich hoffe, dass der Spaß hier halbwegs vernünftig läuft. Da kommt immer mal Atommüll raus. Das ist auch das, was soll. Also, das passt. Die Stromkurve steigt schön an. Das geht auch relativ langsam. Also ist schon okay. Die müssen ja auch erstmal langsam alle Zeug bekommen. Wunderbar. Wir haben uns vorgenommen, noch Nukes zu bauen. Hier wollen wir uns angucken. Das wäre eine Sache, die ich mir heute schnappen würde. Weil das Zeug müsste da rauskommen. Ich müsste die Möglichkeit haben, in Mem das zu erforschen. Das kann ich oben machen, weil ich glaube, was ich brauche. Und hier aus diesem Apparillo raus. Der hat alle Zutaten massig da. Hat auch gerade mal wieder vier rausgekommen. Also alles gut. Wir sind uns die Frage, wie ich da hochkomme. Habe ich hier irgendwo eine Stelle, wo ich da hochkomme? Da vorne wäre Strom. Da sind die Viecher, aber die stören mich nicht. Ich glaube, da ist der beste Weg. Ich habe das denn beim letzten Mal gemacht. Ich glaube, genau so, oder? Ja. Das heißt, wir gehen einmal hier, ich weiß, Strahle. Wir gehen einmal hier rüber. Da unten lang. Am besten durch das Giftgas durch. Genau. Und schon ewig nicht mehr an unserer alten Basis, ne? So. Hier geht's lang. Dann geht's da lang, da hoch. Hier hoch. Genau. Einmal schön nach oben. So. Nehmen wir den Lift. So. Da kommen unsere, wie auch immer sie heißen. Also da haben wir genug Zeug von. Das müsste jetzt auch schon direkt vor dem richtigen Produktionsteil liegen. Also alles wunderbar. Hier oben unsere Bahnstücke. Das wäre auch noch eine Sache, die ich hier vorhabe. Da oben. Nämlich, wir haben ja hier die Einzüge. Wir haben ja da oben den Zug. Da hinten noch ein paar Container hinzusetzen. Da muss ich gucken, dass ich genug Material habe. Davon habe ich garantiert nicht genug. Ich muss mal gucken, was hier noch so rumliegt. Da vorne und da hinten. Und die ganze Menge schon mal wieder wegschmeißen. Nein. Wie sieht das eigentlich aus? Du bist voll. Ups. Du bist komplett leer. Guck mal. Dich kann ich wegziehen. Kann ich mir noch alles rein. So, die können weg. Erstmal alles mal. Das behalten wir auch mal. Du kannst weg. Du kannst weg. Gut. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das bleibt. Das bleibt. Das brauchen wir gerade nicht. Den ganzen Schluss mal. Oder war. So, das bleibt. Das geht weg. Das bleibt. Das bleibt. Das und das. So. Haben wir. Wow. Das Spiel wird immer ruckeliger. Ist vielleicht ein bisschen viel mittlerweile. Weil er berechnen soll. Okay. Und da oben wird. Guck doch. Da liegt eine ganze Menge von dem Zeug. Haben wir hier auch Stahlrohre. Wenn wir jetzt hier noch Stahlrohre haben, wäre das ja mega. Da unten sind wir die da drin. Sonst muss ich die nochmal irgendwo organisieren. Das ist aber glaube ich nicht so ein Problem. Wenn wir schon mal hier sind, was sagt das Mem eigentlich? Das ist nämlich der letzte Zweig, den wir hier haben. Das letzte Teil. Wir brauchen 10 davon. Oh. 100 von denen. Oh. Die könnten tatsächlich noch ein Problem sein. Nevermind. Können sie nicht. So viel zu dem Thema. Die könnten noch ein Problem sein. Da nicht. Da nicht. Ich kann es echt nochmal da runterfliegen. Um mir irgendwo die Stahlrohre zu mobsen. Da kann ich besser einmal in mein altes Lager. Also, weg nach Hause fliegen. Ja. Da glaube ich sind wir nicht. Vielleicht finde ich da vorne. Ich weiß nicht mehr, wo ich noch Stahlrohre habe. Vor allem nicht hier in dem Bereich, wo ich sowieso nichts mag. Oh, was? Oh, ich finde Mem. Mem, Mem, Mem. Die muss ich nicht hier runter. Die Kollegen bräuchte dafür. Äh, da sind sie nicht. Wer habe ich das? Das bräuchte dafür. Vielleicht. Passt. So, da fährt er. Erstzeug haben wir genug. Da oben haben wir den einen Aquarello, der das bauen soll. Da schnappen wir uns den Kram jetzt gleich weg. Wir setzen hier schon mal einen Container vor die Nase. Ich meine, hier hätte ich irgendwo... Dann, dann, dann. Hier hätte ich noch... Ähm, Mer. Ich weiß immer noch nicht, was du tun sollst. Genau. Aber liegt da irgendwo an. Oh, ist das alles so gelich mittlerweile? Ich hoffe, der Ton ist halt nichts vernünftig. Ähm, okay. Ob ich hier die zehn Stück zusammenkriege? Ich bin mir hier nicht sicher. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und was war der andere Kram, den ich dafür brauche? 500. Okay. Die muss ich aber mal eben nur hier hinstellen. Wenn wir eine Tasche haben, darf ich sie nicht. Ähm. Wo habe ich denn das gemacht? Irgendwo muss ich doch hier... ...Explosivstoffe reinbringen. Oh, hier kommt Stahlrohr an. Das ist gut. Das heißt, hier kann ich mir eine Menge wegklauen. Was haben wir hier? Ob du schwarze Pulver? Wo mache ich denn die dämlichen Nobelisten? Da. Bitte sag mir, dass du hier drin bist. Oh. 500 Stück wandert, ne? Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und jetzt da rein, oder? Du produzierst. Und hier machen wir folgendes. Wir sind in den Apparellos. Klauen wir uns überall die Stahlrohre. Dann haben wir nämlich gleich schon mal ein bisschen was für Container. Müssen wir gucken, wie viele wir schaffen. Aber das wird ja dann kein Problem sein. Dann auf die andere Seite. Und die mit. Ändern die Musik. Genau. Passt auf. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Ideen habt, was ich hier noch machen kann. Weil was hier noch aussteht, ist halt, guck mal, die hat ja auch schon mehr am Stehen. Da bräuchte ich schon da liegen. Ähm, was hier halt noch aussteht, ist die goldene Tasse. Und das dauert halt auch. Könnt ihr überlegen, das Ding noch eben fertig zu machen? So. Die nehmen wir auf. Gehen hier hin. Gehen da ran. Drei Sekunden. Ba-bam. Die Entwicklung, die Analyse von Entwicklung nuklearer Abschreckung ist abgeschlossen. Bitte wähle einen neuen Knoten aus. Aber wir haben keinen mehr. Wir sind endlich nach Moment 1320 Stunden, ja, das ist ein bisschen Serverzeit mit bei, sind wir endlich an dem Punkt, dass wir Nukes haben. Wunderbar. Und ihr werdet jetzt hier drin verwurstet. Das läuft rein. Warum haben wir kein rauchschwaches Pulver hier drin? Okay. Erst mal Vorlauf, ähm. Ich habe gesagt, ich parkiere erst mal Organisationen. Da war das nicht. Da war ich ja ein ganz besonders intelligenter Mensch. spüren. Habe ich wunderbar vergessen. Das habe ich nicht dabei. Aber da hätte ich mir noch. Ja, packen wir den noch mal einen weiter nach rechts. Sag mal. Hier ist nicht gut. Da ist besser. Logistik, Förderband, von da, da rein, fast. Du brauchst noch rauchschwaches Pulver und Nobelisten. Nobelisten hatten wir gerade gefunden. Rauchschwaches Pulver auch irgendwie. Warum haben wir das denn hier noch nicht dran? Welches Band muss das? Also, wir haben hier die Dinger und auf dem Band waren es, glaube ich, die anderen Dinger. Das heißt, die beiden in der Mitte. Stimmt, die ist da noch nicht angeschlossen. Au! Okay. Sehe ich, dass das hier rauchschwaches Pulver liegt? Nutzen wir doch diesen glücklichen Umstand aus. Hallo, glücklicher Umstand. Förderband-Splitter. Keine Eisenplatten dabei. Ich muss sowieso auch noch Förderbänder holen dafür. Okay, wir haben unseren Plan für heute und wahrscheinlich auch für die nächste Folge schon mal gefunden. Das ist doch gut. Das heißt, wir müssen noch mal da runter an die Container. Wir brauchen noch ein bisschen Shit. Da kommen wieder welche. Ich glaube, der Name für die Folge steht auch schon nukleare Abschreckung. Wofür wir kriegen die ersten Leute produziert. Das wäre doch super. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Dich, Dich. Wie viele Platten haben? Ja, das sollte erst mal. So. Okay, das heißt, heute machen wir das. Am Mittwoch machen wir uns da hinten drum. In der Zwischenzeit läuft hier ja auch wenigstens die Produktion schon mal weiter. Dann sieht es hier auch wunderbar bescheuert aus. Aber egal. Oh, da habe ich eigentlich keine Hände mehr. Hallo? Deswegen habe ich keine Hände mehr. Okay. So. Wir wollten den Spaß da vorne hinbringen. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Förderband Splitter. da dran. Dann packen wir uns Förderband von da. Schön. geht das direkt so rein? Gar nicht mal so schlecht. Das läuft hoch. Jetzt haben wir nur noch diesen einen hier. Den müssen wir jetzt einmal finden, wo wir die Nobelisten bauen. Und dann müssen wir das Band da hin rüber kriegen. werden. das wird Hölle. Äh, war das hier unten? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe es mit meiner Waffenfabrik übertrieben. eventuell. Da geht das entlang. Das ist doch hier. Ne, das ist Schwarzpulver, wir brauchen Nobelisten. Die hängen auch schon in der Decke. Sind das die Nobelisten? Das sind Nobelisten. Das müsste der Ausgang sein, das ist Eingang. Wie kriegen wir das jetzt am besten nach da ganz hin? Also das gehen wir mal hin und schmeißen uns den hier drauf. Und jetzt wird es interessant. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das hinkriegen. Aber wir müssen so ein bisschen hier in die Richtung. Und zwar sitzen den jetzt mal hier auf gehen bespricht. nicht so. Also hin. Ja, okay. Da noch ein Vorher sein kann. Dann gehen wir damit hier runter. Gehen. hin. Da hinten muss ich hin. Da hinten muss ich hin. Fuck it. Können wir irgendwo in der Richtung drüber drunter gehen? Okay, wir versuchen uns hier mal auf mittlerer Ebene. Wir haben aber hier spätestens ein Problem. Oder wie sieht es aus? Wenn wir hier oben hinkommen, da wird halt gekreuzt. Aller spätestens. wie sieht das hier unten ist gut. Das heißt, wir müssen den jetzt von da aus hier runtersetzen. Hier rumgehen. Dann hier weiter. Was ist denn da hin? Können aber hier hochgehen. Gehen wir das also bis hier hin. Dann Quatsch. Von hier aus einfach da oben an die Decke. Hier rum. Hier rüber hüpfen. Hier kommt es mit. Dahin ist gar nicht mal so doof. ziehen wir von da aus gesehen. Eins, zwei zurück. Und rein. So, jetzt läuft er mit mir nicht. muss ich nur noch einen Punkt finden, an dem ich wieder fliegen kann. Das wollte ich ja auch noch eins zimmern. Aber das machen wir nicht heute. Das ist ein bisschen drüber, glaube ich. so, da haben wir das. Du bist grün, grün gefärbt. Wir wollen doch wenigstens einmal einen Juck sehen, oder? Wie sieht's denn aus? Zwei Minuten braucht der Spaß. Arbeit läuft. Wir haben genug Nobelisten da drin. Wir haben die umantelten Umrandzeilen sind schon voll. Wir haben rauchschwaches Pulver drin. Wie sieht's denn technisch aus mit dem Ach, scheiße. Okay, bis dahin schon. Ruhig da oben. Bis dahin schon. Da kommen die nächsten vier. Wir machen in etwas mehr als eine Minute zwölf stück. Wir brauchen das hatten wir ja sowieso ausgerichtet. Der macht da irgendwie hinten zehn pro Minute. Wir brauchen zehn pro Minute. Das passt. Der muss jetzt einmal abarbeiten. Okay, Wahnsinn. Die erste. Die wird auch direkt verballert. So, da ist sie raus. Da ist sie. Wo verballern wir die? Wo verballern wir die? Ähm, ich brauche den Kollegen. Feuerwerk nix Feuerwerk. Kabum! Kabum! Wo verballern wir dich? Dieser rote Wald, ne? schön, dass ich jetzt zwei blinkende Ausrufzeichen habe. Also hier im roten Wald wird sich ja anbieten. Irgendwie. das machen wir jetzt da vorne. Ich sehe da vorne ein bisschen Giftgras. Auch wenn ich weiß, dass die Dinger nicht weggehen. Das ist mir aber relativ. Das ist auch eine Bohne. Wir machen das genau hier rein. Und zwar ein Stückchen da drüber. Ich will das da so ein bisschen in diese Lichtung reinsetzen. Ähm, okay, an den Baum. Ja, dann mal. Vabum! Wahnsinn! Wir haben die erste Atom-Nummer gehört. Ja, wunderbar. Ich bin happy. Auch ein bisschen bedenklich, dass ich sage, dass ich glücklich bin, wenn ich gerade eine Massenvernichtungs-Affizierung gezündet habe. Da lasst uns mal nicht drüber reden. Das ist nicht das Rabbit Hole, in das wir rein wollen. Da oben auch noch Uran, da oben nicht. Wollen wir mal wegmachen? Und da war auch keine Quelle, ne? Ey, Wahnsinn! Wie gesagt, da bin ich ein bisschen happy drüber. Wie sieht's aus? Ach, was? Zumindest schon eine wieder fertig. Wunderbar. Geil. Das heißt, das haben wir. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir da hinten ranieren. Aber das werden wir in fünf Minuten nicht schaffen. Ich würde zwar noch mal interessieren, wie da hinten so der Durchsatz aussieht. Wie ich das überhaupt gemacht habe. Wir fliegen mal da hin. Gucken, dass wir uns irgendwie so hinstellen können, so positionieren können, dass wir eben nicht gegrillt werden. Schon gar nicht mehr, wie viele Masken wir noch haben und so was. Das muss so um die 180 sein. Und das 87, glaube ich, das letzte, was ich mitgekriegt habe. Also 186, hier kommt es der zu. Also wir haben auf jeden Fall einmal Container davor gesetzt. So zähle ich von hier aus. Reichen die? Reicht das? Eine? Eine? Hm. 287 noch, okay. Was sehen wir hier? Die schütteln nur so den letzten Rest raus. 304 pro Minute. 297. Okay. Das ist gar nicht mal schlecht. Wie sieht mir eigentlich aus? Wenn ich hier hingehe. Na guck mal, hier habe ich doch einen Punkt bestimmt. Als hätte ich es dafür gedacht. Wie voll ist der Container? Das ist nochmal eine interessante Frage. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das Zeug da unten rauskommt, was wir da eingestellt haben. Also das läuft halt kontinuierlich, konstant. Da rein. Geht aber auch direkt. Wird aufgeteilt in die... Da habe ich noch ein bisschen Probleme, ja. Wenn der Zug kommt, muss ich ein bisschen weiter weg sein. Das ziehen wir jetzt nochmal ein bisschen raus hier. Oh, ist das ruckelig geworden hier. Ja. Ja. Das machen wir nochmal kurz. Hier sicher stehen. Komm, zuck, 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 zuck. Komm, zuck, 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 zuck. Nein, tue ich nicht. Also der kommt immer noch mit Strahlung an. Also mit Zeug drin an. Das heißt, unten ist schon... Also entweder alles verstopft. Das müssen wir uns angucken. Hier bin ich definitiv... Ähm... Wir bringen mehr hin, als wir brauchen. Oder irgendwas steht da hinten. Das heißt, wir haben da noch ein bisschen Arbeit unten im Kraftwerk. Hier weitere Container hinsetzen brauchen wir scheinbar nicht. Weil wir wirklich genug Zeug reinbringen in der Zwischenzeit bei zwei Zügen. Im dritten Zug setzen brauchen wir wohl auch nicht. Aber mit dem Durchfluss, den wir haben, von ungefähr 600 Zeilen. Wir brauchen... Moment. Wo haben wir in unserer lustigen Liste? Die lustigen Liste? Ähm... Wir brauchen 476. 477 eigentlich. Also eine krumme Zahl wieder. 476,7 x 6. Wunderbar. Ähm... Das heißt aber, wir haben mehr, als wir da hinten verbrauchen. Dementsprechend voll sind diese Züge. Die kriegen da hinten gar nicht mehr alles raus. Weil die Container auch voll sind. Wir könnten jetzt da natürlich einen Overkill an Containern hinsetzen. Aber das ist ja auch Quatsch. Wenn die voll sind, haben wir genug Puffer für alles Mögliche. Wahrscheinlich ist das mit dem Puffern sogar eine doofe Idee da hinten. Ah, passt doch. Ja, das heißt beim nächsten Mal. Anstatt hier Container hinzubauen, was ich eigentlich geplant hatte. Was wir gar nicht brauchen, wie ich feststelle. Ähm... Gehen wir hinten hin und gucken, wo jetzt da vielleicht irgendwas klemmen könnte. Und vielleicht noch was fehlt an Rohstoffen oder so. Nicht, dass wir da nochmal eine böse Überraschung kriegen. Und dann... Gucken wir, wie viele von den, äh... Ich hab schon wieder vergessen, wie diese dämlichen Teile heißen. Äh, Moment. Ähm... Irgendwas, was? Irgendwas mit Magnet? Nein. Nein, das waren die nicht. Äh, womit mache ich nochmal... X. Nee. Wo? Oh, wie Kodex. Genau, wie Kodex. Äh, Teile. Das waren die Dinger nicht. Die sind nicht alphabetisch sortiert. Das heißt, die sind ziemlich unten. Ja, super, wie weit unten. Montageleitsysteme. Genau. Die sind halt alle noch sehr, sehr, sehr langsam. Ja, wir haben 212. Wir brauchen 4.000. Äh, 2212. Wir brauchen 4.000. Das dauert noch ein bisschen. Dann kommt nochmal ein Nuka-Train. Okay. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann, äh... Lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit... Macht es gut, Käffchen! Ich bin immer noch zur Navi-Datei. Ähm... Tschüss!